Die letzte Abstimmung für heute, meine Damen und Herren, zum Thema Meinungsfreiheit in der Türkei, jüngste Festnahmen von Journalisten und führenden Medienvertretern und systematischer Druck auf die Medien. Hier gibt es einen gemeinsamen Entschließungsantrag, zu dem ein Änderungsantrag vorliegt, Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen abgelehnt. Wir haben eine Abstimmung über § 7, den ursprünglichen Text, in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Und damit kommen wir zur Abstimmung über die Entschließung als Ganze. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen? Herzlichen Dank.